so statt 100 nur noch 46 fps na gut egal das ist ja auch so damit herzlich willkommen zurück neuer part neues glück ein bisschen reiben gehört dazu ich habe jetzt nicht mehr so sehr eigentlich nichts verändert ich bin nur ich habe nichts dagegen offscreen mal hier ein bisschen einfach mal durch die halbe weg gespackt und habe versucht mal alles laden zu lassen und habe mir das überlegt vielleicht bringt ja was macht es euch können so immer die kohle ist ja und dann hier grundpuder aber hier auch hier machen wir schon mal einen platz und ich ziehe die erde nehme ich mit braune wolle aber noch wir brauchen wir bitte braune wolle wofür brauchen wir brauchen ich habe die musik vergessen ach ja wie schön damit hätten wir jetzt leiten hier die fläche mit erde zugekleistert ja ich wollte das letzte mal noch ihren kanal sprechen das weiß ich das ist nämlich vor ein paar minuten erst vor und guckt euch die erfälle sein ja ich wollte noch mal besprechen gegen upload dass ich da nicht so die möglichkeiten habe doch nicht hoffe ich ich habe ja schon ewig gesagt ja ich krieg wahrscheinlich schnell rechner ich ewig gesagt ewig darauf gewartet aber ich habe es eben nicht bekommen jetzt hoffe ich dass es in nächster zeit geschieht und wenn es geschieht dann können euch sicher sein dann kommt viel mehr videos weil das problem ist ich nehme auf rennen weil ich tue alles übern ein laptop machen und für diejenigen die ein laptop haben der wird sehr schnell sehr heiß so und ich will einfach nicht jetzt mein laptop zehn stunden latschen lassen nur damit ich dann jetzt hier praktisch zwei drei videos habe nur gerendert nicht hochgeladen so land dauert ja noch mal genauso lange und verdammt ja jedenfalls habe ich da keinen bock drauf dass dann irgendwie alles extrem heiß gelaufen ist ich keine chance mehr irgendwas am aufnahmeort zu machen weil einfach nur die luft was weiß ich 40 grad überall beträgt und das ist natürlich nicht toll oder ein kacki scharf ja doch habe ich keinen bock ich hoffe ihr könnt das verstehen sobald ich den rechner hat kommen natürlich mehr mich auch dass ich heute vielleicht schon die erste folge also heute am aufnahmetag die erste folge hochgeladen kriege und ich kann versuchen jeden tag ein video zu bringen aber ein steht fest das halte ich nicht lange durch wenn ich einfach mal noch was anderes an dem laptop machen möchte weil das schöne ist immer nach dem rendern und hochladen wenn ich das gemacht habe deswegen mache ich das meistens über nachts ist alles so heiß vor allem jetzt im sommer ist das unerträglich ja ich habe ventilator neben mir stehen und ja ohne den denke ich würde ich das nicht aushalten ja so viel zum hochladen so videos weiß ich jetzt wollte ich auch noch mal sagen und zwar meine videos wahrscheinlich nur in 720 das könnte sich vielleicht mal einer auf 1080 1680 1980 schuldigung ich bin kreis extrem verpeilt ich bin kreis und morgens und aber 62 dann hier auch noch ein paar oder neuen gunpowder von uns die thema und hier noch kreis kreis die europäische vorliegen auch hier wurden und loaded und zwar gibt es hier super settings wie kann man jetzt ich rate euch einfach mal schaltet sie aus weil wenn ihr sie an habt oh mein gott verdammt keiner gesehen meine optionen jeweils super setting ich habe die aus weil es wird alles übertragen was ich habe für ein display wie viele fps ich in dem moment habe wo ich das menü offen habe und das ist weniger als wenn ich spiele komischweise und dann sehe ich hier noch was alles an ist bla 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 und alle äh dinge von meinem rechner so wenn ich die an machen werden die alle zum mojang übertragen das heißt belastet euer internet auch noch ein bisserl und wenn ihr schon probleme mit minecraft habt schaltet das wenigstens nur aus weil sonst werden durchweg informationen übertragen und für euch wird eine datei angelegt und wollt ihr das überhaupt dass mojang weiß was ihr für ein rechner habt und wie das aufgebaut ist und wie ihr minecraft spielt ich denke nicht deswegen so so ein kleiner tipp von mir einfach mal auf das kleine aus button links da irgendwas drücken unfähig ja ja genau zum videos wollte ja noch mal kommen und zwar weiß ich jetzt nicht was ich also ich habe im moment nur minecraft und bisserl battlefield so richtig so was anderes habe ich halt im moment nicht was ich noch nicht mehr und das würde ich aber gerne noch netz plane irgendwas ich weiß nicht ob ich ein oldie einfach mal let's play zum beispiel stronghold 2 oder so weil es es war geil das muss man dazu sagen ähm oder ob ich oh oder ob ich irgendwas anderes let's play ich hab keine ahnung hm aber ich denke mal das erste was ich machen wäre so ein bisschen redstone basics und so ein bisschen kleines zeug vielleicht nochmal oder ähm ja ich habe eigentlich keine genaue idee ich versuche einfach irgendwas noch zu finden was mir wenigstens auch spaß macht weil ähm das problem ist immer ich will nicht ich will nicht irgendwas let's play was mir dann eigentlich keinen spaß macht weil wenn ich keinen spaß bei dem let's player warum let's play ich das dann deswegen ähm was ich halt ein bisschen schade finde dass ich keine ähm antworten kriege das praktisch ich zwar 26 abonnenten habe im moment hier ne aber ähm ja die anscheinend nix machen und das finde ich ein bisschen schade weil ähm ohne die hilfe wie will ich da besser werden wie will ich da lernen was ich falsch mache und so ein zeug das kann man eigentlich ja nur lernen durch entweder durch fehler oder indem jemand sagt was mache ich denn jetzt ähm oder indem jemand einfach mal verbesserungsvorschlag gibt und das ist das problem bei der ganzen sache es gibt niemand einen verbesserungsvorschlag oder was ich mal jetzt planen sollte was was sie gerne sehen möchte doch sonst was ich habe hier ein regal voller spiele einfach mal was sagen das deprimiert mich immer wenn ich dann vor einem monat irgendetwas ähm gepostet habe äh was weiß ich ähm sagt mal was ich besser machen könnte oder sowas und danach nach einem monat immer noch keine antwort gekriegt habe das deprimiert sehr und ähm ja ich weiß auch nicht wie ich das machen soll das ist mein problem gerade ich würde gerne verbessern aber da brauche ich verbesserungsvorschläge einfach mal so ein bisschen ja hier ähm okay das machst du gut und nicht einfach nur ja mir gefallen deine videos deswegen abonniere ich dich nach dem motto da gucken sie einmal das video und das war's mehr wird nicht gemacht und ich meine wer hat was davon ich habe ein video aufruf mehr wow es geht mir jetzt nicht unbedingt in die aufrufe oder so na gut schon aber ähm ich muss auch mal ehrlich sagen ähm jedenfalls ich finde das nicht toll wenn einfach nur jedes video 10 aufrufe hat und damit ist die sache gut es ist ähm weil das klar ich habe videos zuerst nur kleingreif gemacht heute einfach mal äh dass sich leute vielleicht mal meine videos angucken und sagen was ich besser machen könnte und das mache ich dann auch aber wenn mir keiner irgendwas sagt wie soll ich das dann besser machen das ist das problem warum die kleinen youtuber nie durchkommen weil einfach nur die videos ja nicht anguckt wird vielleicht daumen nach unten gegeben und fertig nach dem motto hier mach jetzt was besser so jetzt ist die frage was soll ich besser machen wie soll ich es besser machen und ohne diese antworten ja wie soll ich das besser machen wie gesagt es geht nicht ich meine ich gebe mir jetzt schon mühe und alles hat mit super frame aufnahmen bis auf die letzte folge du tust die leute die meine videos verfolgen die wissen das ja also ich finde einfach nur das deprimiert dann immer wenn man dann einmal guckt wieder mal wie viele aufrufe haben die videos weil ähm das nimmt einem auch den spaß weil dann fragt man sich warum mache ich eigentlich die videos auf youtube dann muss ich auch keine videos auf youtube hochladen wenn einfach nur nicht mal ein feedback kommt nicht mal gesagt wird hier ok ähm super das machst du toll und ähm deswegen gucke ich deine videos das hat mir bisher noch keiner gesagt und deswegen bin ich auch ein bisschen ähm ja deprimiert weil ich denke mal es ist auch verständlich wenn man kein feedback für sein ganzes zeug kriegt was man macht dann kann man nur deprimiert sein weil ähm ohne feedback ist halt wirklich so wie wenn man lernen sagt wie man seinen fehler ausbessern ja und das ist das problem bei mir ich weiß jetzt nicht was wollt ihr sehen weil wenn euch weil ich ja keine ahnung habe was euch nicht gefällt ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass das spiel jetzt habe ich wieder frame einbrücher ist das jetzt wieder naja ja ähm ich wüsste gerne einfach mal was ihr wollt dass ich let's play weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus es liegt an minecraft müsste ich jetzt ehrlich mal so sagen also ich denke es liegt an minecraft dass ihr meine let's plays nicht guckt ihr wollt ein anderes spiel sehen oder was anderes und kein let's play so weil ihr mir ja kein feedback gibt und sonst was weiß ich das nicht und jetzt würde ich wirklich gerne wissen was soll ich denn dann let's play ich kann einfach ein spiel zücken aber ähm die frage ist wollt ihr das sehen guckt ihr es euch an am ende guckt ihr es euch nicht an dann ja toll habe ich was let's play weil ich gehe ja immer danach das habe ich ja schon mal bei ähm ach wo waren wir bei skygrid hatte ich ja auch so einen test gemacht ich werde wahrscheinlich skygrid nochmal spielen weil es relativ gutes feedback bekommen hatte aber ähm ich werde mich hüten jetzt einen let's play anzufangen deswegen mache ich jetzt immer wenn ich was neues mache zwei videos oder so weil ich einfach nur wissen möchte wie reagiert ihr jetzt darauf weil wenn es scheiß reaktion ist warum soll ich es dann machen da kann ich da habe ich zwei videos gemacht und dann gehe ich wieder zum alten wohnheim zurück da muss ich was machen was ich weiß was ja also bitte einfach mal ich meine es ist jetzt keine lange zeit einfach mal ganz kurz oder das video zu schreiben könntest du mal bitte das let's play oder da musst du noch daran arbeiten das ist nicht so teuer wenn ihr nicht kommentar wollt dann wen ist meine persönliche nachreden das ist mir doch völlig egal naja egal so genug aufregung in einem tag habe ich das gefühl zu schweißen so das heißt es war jetzt so ein bisschen die jammer folge da mache ich jetzt mal was anderes und zwar mache ich jetzt sonst nicht was mache ich denn können machen